aus fisch fisch nein alles gut wir machen weiter definitiv und gucken mal was da so abgeht Wir versuchen uns heute mal zu den Erben von AIDA zu begeben. Ich hoffe, dass ich das jetzt ohne weiteres habe. Wo ist denn das Ziel überhaupt? Ich weiß wieder irgendeine... Ob ist da oben die Kapsel? Oder was? Auf der Schiene da? Nee, auf der Schiene da nicht. So, jetzt muss ich gerade mal gucken. So, warte mal. Das ist hier vorne. Ähm, okay. Ah, die drei, die da rumstanden, die haben mit uns zu tun. Okay. Und damit haben wir sie vorgab zu Tower of Fantasy zurück. Besiege die Mitglieder der Erben von AIDA. Sollte eigentlich nicht das Problem sein. Erledigt. Sprich mit Jason. Hey, Jason. Jason. Hallo. Jason. Sprich mal mit mir, bitte. Sag mal. Rennst du jetzt weg? Nee, ich muss mich für den richtigen Punkt stellen. Du kannst mich nicht mal anquatschen. Ich kann nur laufen und reden gleichzeitig. Aber ich wundere, dass ich keine Sprachausgabe mehr habe. Wunderweise hast du hier eine englische, zumindest eine englische Sprachausgabe. Ihr kennt das Spiel eigentlich, wenn ihr da schon seid in der Folge. Aber wie gesagt, wir haben es vor zwei Folgen den Server zerlegt, wo wir im Hauptquartier waren. Und ja, dementsprechend ist es halt so. So, wir rennen dem hinterher. Leider, wie gesagt, mich ja gar nicht, dass ich keine Sprachausgabe war. Warum? Wie gesagt, es hat sich irgendwas abzulegen. Wer sagt denn, dass ich das nicht alleine schaffe? Natürlich schaffe ich das alleine. Zumindest sieht es aktuell sehr gut aus. Ich mache das hier beim kurzen Vorbeigehen. Moin. Wir sind ja quasi für unser Level sogar schon Max auf Max. Also wir sind ja schon voll ausgerüstet. Haben wir hier oben noch ein? Ja, hier vorne ist einer. Ach, du kommst jetzt auch noch runter. So. Zack, zack, zack. Nehmen wir mit. Da vorne ist auch noch mehr. Guck, guck. So Jason, bist du jetzt irgendwie da? So, Freunde, ich muss aber ganz kurz wohin. Jetzt geht es weiter. Mit Tauter Fett, der Sire und der Sack. Fritze, hier möchte ich gerade ein bisschen los machen. Warte mal. So. Okay, geht los. Jetzt, äh, ich muss die Mission leuchten. Warum auch immer. Ich bin im falschen Knopf gekommen. Wenn ich den Options-Knopf drücke. Ja, ich bin schon lauter, als du mich siehst. So, wo wollen wir jetzt hier hin? Also nochmal, die Mission neu starten. Gut, das brauchen wir jetzt eigentlich rentierlich nicht nochmal. Das hat er nicht irgendwie nochmal auf mich geschossen. Achso, ich muss jetzt mit warten, bis ich Jason wieder an so einen tollen Platz gegangen ist. Bla, 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 blie, bla, blub, blie, blub, blie, blub, blie, blub, blub, blub. Ja, blöde Mission. Äh, was? Algeheimer Mission, Entschuldigung. Deswegen erklärt's auch, warum da so tote Hose eigentlich immer oder weniger ist. Du brauchst mir nicht zu helfen, ich räume die alleine aus dem Weg. Ich glaub, ich bin mehr oder weniger schon groß. Wir sind schon fast wieder... Jo. Die haben wir mit einem Schlag weg. Wir sind ja, wie was, was unsere Waffenstärke betrifft, auf Max-Level. Also wir können jetzt quasi nicht mehr leveln, bis wir die Waffe nicht mehr leveln, bis wir auf Stufe 3. Weißt du, dass wir auf Stufe 30 sind. Wir sind jetzt auf dem Weg Richtung 28. Moinsinn! So, die zwei noch da... Den einen noch da rumfischen. Ach, komm jetzt hier. Ah, Bischiko, Abflug. Ey! So, fertig. Was, ich werde dich melden? Danke, aber nein, danke. Wieso darf ich nicht? Nö. Nö. Jetzt sind wir wieder da, wo wir hingehören. So, wie gesagt, wir machen jetzt gerade auf den Weg Richtung 28 und wenn wir mit 30 sind, können wir sie waffen haben. Jason, bleib mal bitte zurück. Ich hole mir mal kurz um die zwei Handels hier. Moinsinn! Ihr könnt alle schicken, was ihr Lust und Laune habt. Ihr habt sowieso keine Chance. Achso, achso, sind wir. So, was wir den befreien? Ja, komm, wir befreien. Wir holen jetzt erstmal den Typen hier. Da war, wollte ich eigentlich schon ja alle. Kann ich nicht befreien? Okay. Ich kann ihn nicht befreien. Da oben steht noch einer. Ich habe schon gesehen. Aber jetzt auch mal mit Jason quatschen. Ein Elektro-Sensor. Jetzt verarschst du? Ja, hör auf jetzt damit. Du ruhigst es doch sowieso. Also, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir uns die Typen da holen. Da oben ist ein Elektro-Sensor. Du hast den Elektro-Sensor. Den habe ich tatsächlich doch nicht, weil wir von 0 von 1 brauchen. Wir müssen also erstmal gucken, dass wir da hochkommen. Da oben soll er wohl sein. Kann ich das hochklicken? Ja. Ja, auf die Leute, die sich wundern, nur so nebenbei. Heute Abend immer noch kein, eventuell immer noch kein Fallout. Das hat gestern Sondergründe gehabt. Allein gesagt, wir haben schon am 22. Jahr starten. Hört mich, ich habe immer kurz den Elektro-Sensor. Aber dann gab es leider ein bisschen Update-Probleme bei Maki, wo es ja normal ist. Nee, ist nicht. Und damit sprechen, können wir heute nicht zocken. Hört mich, so haben. Da war es. Wie spawnen die noch eine gewisse Zeit? Hör mal, da vorne ist noch eine... Da vorne ist noch eine... Schwarzkuh? Schwarzkuh? Schwarzkern? Heißen sie. Ja. Tatsächlich ist da einer drin. Und zwar in dieser Sonnenblume. Äh, der nimmt dann. Nehmen wir mit. Ah, lebt mit mir. Und schwarzkern. So, die Löwen-Zahn-Kern-Dinger mit mir nehmen. Ich weiß zwar nicht, wofür sie so gut sind, aber es wird schon irgendwie im Sinne. Da vorne ist nochmal sowas. So, jetzt muss ich ein Sperre am Marsch oder März Schloss. Dann machen wir das nochmal. Ich weiß nicht, warum soll ich dich töten? Ich sage mich gerade, dass es tatsächlich eine Sprachausgabe mehr ist. Warum auch immer. Warum soll ich verschwinden? Redenbrook. Achso, und jetzt, äh, Rock retten. Redenbrook. So, und jetzt, Eddie, noch schnell. Hallo. Ich hätte die anderen, aber ich verpisse mich erstmal. Den Rest kannst du nicht alleine machen. So, dann haben wir das auch geschafft. So, jetzt müssen wir wieder mit Jason quatschen. Der hat schon wieder Ärger mit irgendwelchen Wachen. Du kriegst es doch sowieso nicht geschissen. Meine Frisse. So, jetzt stelle ich mal wieder an deinen Punkt. Sag mal, warum bleibst du nicht einfach da? Du musst jetzt mal 15 Kilometer in die andere Richtung rennen, ne? So, also, Jason. Genau, du hättest die alle erledigen können. Kein Kommentar. Ja, ich habe den Sensor gefunden. Ja. Folge Jason. Ich erinnere mich, dass die Spezialesgabe, äh, dass die Sprachsgabe das ist. Normalerweise sprechen die Typen auf Englisch. Ich weiß nicht, ob es mit dem Server zu tun hat oder was auch immer. Ist aber auch egal. Wir kriegen schon ein Wien. Ich brauche sie jetzt nicht selber zu bequatschen. Aber ich kriege doch, die kriegen wir schon ein Wien. Ah. Lass mich raten. Du bist jetzt mal die Typen töten. Und auch fünf Stück an der Zahl. Und wahrscheinlich noch dieses fertige Gerät zu stören. Da kommt man her. Zack. Und tschüss. Da kommen jetzt noch mehr. Und nochmal fünfe. Ich habe gerade was anderes gesprochen, verstanden, gelesen. Ja, sollen sie mal kommen. Ich werde die genauso platt machen wie die anderen jetzt, ey. Ja. So. So, warte mal. Sprengstoff-Fisser. Ah, hier. Kann ich die nehmen? Ja. Wie viele müssen wir da machen? Steht einer oder was? Oder zwei? Drei? 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 Zwei? Wenn wir ja zwei machen müssen. An der Produktionsmaschine. Kann ich jetzt irgendwie reinparten? Kürziere die erste Energieversorgung. Ach so. Ey, das ist ein bisschen blöd übersetzt gerade. So, dann nehmen wir mal das nächste Fass mit. Und stellen wir... Ich weiß nicht, ob wir da jetzt nochmal ein Fass hinstellen müssen. Ja. Geht zur Steuerkonsole. Alles klar, da muss das nächste Fass. Ja, es ist gerade... Oder müssen wir tatsächlich dann was machen? Nee, ne? Okay, nein. Wir müssen... Also, es ist nur jetzt gerade ein bisschen blöd übersetzt. Wir müssen nicht da irgendwas interagieren, sondern wir müssen... ...dort Fässer hinlegen. So ist es eigentlich richtig. So, und jetzt mach dich bereit zum Rückzug. Dann machen wir das nochmal. Die Fäder soll nicht auf, dass da irgendwo gerade... ...die ganzen Fässer liegen. Jetzt fehlt halt gerade gerade irgendwo ein bisschen. Schade. Ich weiß jetzt, das ganze Auge, das Spiel glaube ich auch noch nicht. Aber wir haben es geschafft. So, jetzt müssen wir den Typen da töten, oder was? Ey. Ich kann jetzt gerade nichts machen. Ich befürchte, dass ich gerade gar nichts machen kann. Ich kann gar nicht laufen. Irgendwie hat es gerade... Ne, ich versuche gerade hier zu laufen. Aua. Warte mal. Oder habe ich wieder irgendwas... Ich will nämlich nicht... Wie ein Stryker. Ja, 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 ja. Ich kann gerade nichts machen. Ups. So, also ob ich mich jetzt gerade so zu bewegen kann ich nämlich gerade gar nicht. Kein Fahrzeug. So, also. So. ja wie gesagt gerade hat sich irgendwas verabschiedet ich habe keine ahnung was los ist da ich gerade nichts machen kann spiel darfst du mich mal ich würde gerne mal hat sie gut oder jetzt kommen wir noch nicht gut damit ich mal die folge